Ein Tiroler Start-up stellt mit ihrem Quantencomputer einen neuen Leistungsrekord in Europa auf. Mit dem Erreichen eines Quantenvolumes von 128 ist der vom Tiroler Start-up Alpine Quantum Technologies entwickelte Quantencomputer Pine System nun der leistungsfähigste Quantencomputer Europas. Die enorme Rechenleistung der Quantencomputer soll in Zukunft dazu beitragen, neue Erkenntnisse in der Forschung von medizinischen Wirkstoffen oder der Entwicklung von nachhaltigen Materialien zu gewinnen.